stellvertretend Reue erwecken für alle Sterbenden im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen dieses Gebet soll und muss gebetet werden, dass ich sie retten kann Heilandsworte Gebet Milliarden und Millionen Mal Mein Jesus, Barmherzigkeit Barmherzigkeit mein Jesus für jeden Sterbende bis zum Ende der Welt Milliarden und Millionen Mal opfern wir das kostbare Blut und die Bluttränen dem himmlischen Vater auf Für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt und bedecken ihn mit dem kostbaren Blut und dem unbefleckten Herzens Mariens und mit ihrem Bluttränen dass der böse Feind keine Gewalt über die Sterbenden hat Amen Und ich kann sie retten Verkünde es Heilandsworte Ich brauche Sühnerseelen, die dieses Gebet täglich womöglich mehrmals beten Ich danke euch dafür, meine lieben Kinder Gott segnet euch mit seiner göttlichen Kraft und auch ich segne euch, eure liebe Mutter Amen Heiliger Josef, wache Bräutige Amariens Der Vater Jesu Christi Jesus, Maria und Josef, wir lieben euch, rettet alle Seelen Besonders die Priestersseelen und die Gottgeweihten Amen Mit der großen Bitte, diesen Liebesakt mit jedem Atemzug, mit jedem Pulschlag tausendmal wiederholen zu dürfen Amen 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 Vielen Dank.